Die Föderation Internationale The Football Association, kurz FIFA, ist der Dreh- und Angelpunkt des weltweit beliebtesten Sports Fußball. Mit der Organisation internationaler Fußballturniere, darunter die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und Frauen, bringt die FIFA die ganze Welt zusammen. Und dabei ist egal, wer du bist, was du bist und woher du kommst. Erstaunlicherweise sind nicht nur die Fußballverbände anerkannte Staaten wie Deutschland, Frankreich, Indien oder Mosambik, Mitglied dieses weltumspannenden Fußballverbandes, sondern auch Verbände aus Ländern mit umstrittenen oder begrenzten internationalen Status. Denn tatsächlich hat die FIFA deutlich mehr Mitglieder, als die Vereinten Nationen überhaupt anerkennen. Im heutigen Video werden wir herausfinden, welche Länder bzw. Regionen trotz fehlender Unabhängigkeit Mitglied im Weltfußballverband sind und wie sie diese erlangt haben. Bevor wir damit beginnen, gibt es einen kleinen aber wichtigen Disclaimer. Das Thema dieses Videos ist äußerst kontrovers und es gibt sicherlich welche, die diese mit Absicht falsch verstehen wollen und dann in den Kommentaren meinen, dass ich ein Huso sei, weil ich beispielsweise Palästin auf der Liste habe und Israel nicht. Um solche Missverständnisse zu vermeiden und Klarheit zu schaffen, möchten wir betonen, dass in diesem Video Länder oder Regionen aufgeführt werden, die zwar Mitglied in der FIFA, aber nicht in den Vereinten Nationen sind. Dies schließt beispielsweise Israel, aber auch Armenien, Zypern, Nord- und Südkorea sowie die Volksrepublik China aus. Ehemalige UN-Mitglieder mit FIFA-Mitgliedschaft wie die Republik China werden mit aufgelistet und ehemalige FIFA-Mitglieder ohne UN-Mitgliedschaft wie das Saarland oder Südvietnam nicht. Bleibt den Kommentaren sachlich und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Nummer 12. Gibraltar und andere britische Überseegebiete Gibraltar, ein britisches Überseegebiet an der Südspitze der iberischen Halbinsel, ist trotz seiner bescheidenen Größe von lediglich 6,5 Quadratkilometern und seiner Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich Mitglied in der UEFA als auch des Weltfußballverbandes FIFA. Die Mitgliedschaft Gibraltas in diesen internationalen Fußballverbänden mag auf den ersten Blick überraschen, da es sich um keinen eigenständigen Staat handelt und vom Vereinigten Königreich Großbritannien-Nordirland abhängig ist. Dies wirft die Frage auf, wie Gibraltar es geschafft hat, Mitglied im Weltfußballverband zu werden. Der Gibraltarische Fußball hat eine lange und stolze Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Fußballverband von Gibraltar wurde bereits im Jahr 1895 gegründet und zählt mit seinen 128 Jahren zu den 10 ältesten Fußballverbänden weltweit. Ebenfalls seit 1895 verfügt der Felsen über einen eigenen nationalen Fußballpokal, als auch seit 1909 über eine eigene nationale Liga. Trotz dieser langen Fußballtradition war Gibraltar lange nicht international anerkannt, weder von der UEFA noch von der FIFA. Daher gab es für Gibraltarische Vereinsmannschaften keine Möglichkeit, auf internationale Ebene zu spielen. Die einzige Option wäre gewesen, an einem britischen Ligensystem teilzunehmen. Doch aufgrund der weiten Entfernung zum Mutterland war dies nicht machbar. Die andere Möglichkeit bestand darin, an spanischen Ligensystemen teilzunehmen. Doch aufgrund der politischen Spannung zwischen den Vereinigten Königreich und Spanien bezüglich der Gebietsansprüche auf Gibraltar war dies ausgeschlossen. Im Jahr 1969 schloss das spanische Königreich für eine längere Zeit die Grenze zum britischen Überseegebiet, was dazu führte, dass Gibraltar von der Außenwelt isoliert war. In dieser Zeit war die Teilnahme an internationalen Turnieren für Gibraltarische Vereinsmannschaften nahezu unmöglich. Gibraltar versuchte dann selbst mehrmals sich für die UEFA und die FIFA-Mitgliedschaft zu bewerben, aber ohne Erfolg. Gibraltar reichte anschließend Klage bei verschiedenen Sportgerichten ein, bekam Recht und wurde 2013 UEFA und 2016 FIFA-Mitglied. Bis auf den Aufstieg in die Nations League C und die Teilnahme von Lincoln Red Ims in der UEFA Conference League gehört Gibraltar zu den eher schwächeren Fußballnationen. Dem Gibraltar gibt es weltweit weitere britische Überseegebiete, die von der FIFA anerkannte Fußballnationalmannschaften besitzen. Diese wären die Cayman-Inseln, Anguella, Bermuda, die Turks- und Caicos-Inseln, die britischen Jungfern-Inseln und Montserrat. Allesamt sportlich irrelevant und nur die Nationalmannschaft von Bermuda war mal international dabei. Seit 2019 qualifizierten sich für den CONCACAF Gold Cup in den USA, Costa Rica und Jamaika und gewann sogar ein Spiel gegen Nicaragua. In der Gruppenphase schienen die Gumball-Krieger dennoch aus. Nummer 11. Cook-Inseln Die Cook-Inseln oder auch Cook-Archipier genannt, sind eine Inselgruppe im südlichen Pazifik auf dem Kontinent Ozeanien. Mit einer Bevölkerungszahl von etwa 15.000 Einwohner leben genauso viele Menschen auf den Cook-Inseln wie auf der norddeutschen Insel Sylt. Die 15 Inseln umfassende Inselgruppe wurde 1993 von Neuseeland als unabhängig anerkannt und steht seither nur noch in freier Accessuierung mit Neuseeland. International anerkannt werden die Cook-Inseln dennoch nicht von jedem und sind auch nicht Teil der Vereinten Nationen. Insgesamt haben 52 Nationen, Stand 2018, die Cook-Inseln als selbstständigen Staat anerkannt. 1994, ein Jahr nach der Unabhängigkeit von Neuseeland, wohnen die Cook-Inseln sowohl Mitglied im UFC als auch des Weltfußballverbandes FIFA. Die Fußball-Nationalmannschaft der Cook-Inseln gehören zu den Schwächeren der Welt und belegen in der FIFA-Weltrangliste der Männer auf Platz 185 und die der Frauen Platz 109. Nummer 10, Hongkong. Hongkong ist eine Metropole und Sonderverwaltungszone an der Südspitze der Volksrepublik China mit einer Einwohnerzahl von etwa 7,3 Millionen Menschen. Anfang des 17. Jahrhunderts gehörte das heutige Gebiet zum chinesischen Kaiserreich, ehe es im Ersten Opiumkrieg im Jahre 1842 von den Briten erobert wurde. 155 Jahre war die Metropole Hongkong über das Gebiet des Vereinigten Königreichs und wurde erst 1997 an die Volksrepublik China zurückgegeben. Dies geschah im Rahmen des Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzips, das mit beiden Staaten vereinbart wurde. Das heißt, Hongkong bleibt trotz der Zugehörigkeit Chinas ein eigenes politisches und rechtliches System, das weitgehend autonom agiert, insbesondere im Vergleich zum Festland China. Dieses Prinzip sollte für einen Zeitraum von 50 Jahren nach der Übergabe Hongkongs an China gelten. Aus diesem Grund darf Hongkong weiter als eigenes Team bei den Olympischen Spielen antreten und ist seit 1954 Mitglied im Weltfußlerverband des FIFA. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft Hongkongs war der dritte Platz bei der Asien-Meisterschaft 1956. An einer Fußball-Weltmeisterschaft nahm man bisher noch nicht teil. Nummer 9. Makao Makao ist eine etwa 50 Kilometer westlich von Hongkong gelegene Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von 640.000 Einwohner und ist flächenmäßig 40 Mal so klein wie die Metropole Hongkong. Bis 1999 war es eine portugiesische Kolonie, bis sie an China zurückgegeben wurde. Genauso wie auch bei Hongkong gilt das Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzip und Makao behält einen hohen Grad an Autonomie. Aus diesem Grund ist es in der Sonderverwaltungszone Makao erlaubt, Glücksspiel zu betreiben, obwohl es in China illegal ist. Zudem verfügt Makao über ein eigenes Team bei den Olympischen Spielen und seit 1978 ist man Mitglied in der FIFA und später auch dem AFC. Nummer 8. Puerto Rico und andere amerikanische Außengebiete Puerto Rico oder auch der Freistaat Puerto Rico ist eine Insel in der Karibik und mit 3,2 Millionen Einwohnern das größte Außengebiet der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Puerto Ricaner besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, dürfen aber nicht an Präsidentschaftswahlen teilnehmen und gelten nicht als 51. US-Bundesstaat. Die Insel hat ihre eigene Verfassung und ist teils autonom. Aus diesem Grund ist es ihnen erlaubt, an Sportveranstaltungen mit eigenen Athleten teilzunehmen. Seit 1960 ist Puerto Rico Mitglied in der FIFA und vier Jahre später des Conquer Cuffs. 1998 wurden die benachbarten amerikanischen Jungferninseln Mitglied in der FIFA, genauso auch das in Ozeanien gelegene amerikanische Samoa, das für die 31 zu 0 Pleite gegen Australien bekannt wurde. Und 1992 wurde Guam vollwertiges Mitglied der FIFA. Nummer 7. Französisch-Polynesie Französisch-Polynesien, hauptsächlich bekannt als Tahiti, ist ein französisches Überseegebiet auf dem ozeanischen Kontinent. Es besitzt eine eigene Flagge, verfügt über eine eigene parlamentarische Verfassung und zählt nicht zum Gebiet der Europäischen Union und auch nicht zum Schengen-Raum. Zum Vergleich zu anderen französischen Überseegebieten wie Martinique, La Réunion, Französisch-Guayana und so weiter, ist man einer der wenigen mit einer sehr hohen Autonomie. 1989 gründete man den Fußballverband von Tahiti und wurde ein Jahr später Mitglied im OFC und der FIFA. Die tahitische Nationalmannschaft gehört zu einer der besten Fußballnationen in Ozeanien und gewandt 2012 als einzige Nation, die nicht Neuseeland und Australien heißt, den OFC Nations Cup. Im Finale besiegte man Neukaledonien 1 zu 0, das ebenfalls ein französisches Überseegebiet ist. Dieses ist 1969 dem OFC beigetreten, aber erst 2004 der FIFA. Neukaledonien war es auch, dass 2012 Neuseeland im Halbfinale mit 0 zu 2 ausgeschaltet hat. Tahiti, die das Turnier am Ende gewannen, durften 2013 am FIFA-Konföderationen Pokalen Brasilien teilnehmen. Dort erhielt man ein Hammerlos und kam zusammen mit den amtierenden Weltmeister und zweifachen Europameister Spanien in einer Gruppe. 1 zu 6 gegen Nigeria, 10 zu 0 gegen Spanien und 8 zu 0 gegen Uruguay und man schied als schlechteste Mannschaft des Wettbewerbs aller Zeiten aus. Was den Tahitianern egal ist, denn allein schon die Teilnahme war für den schon ein großer Erfolg. Sonst erreichte Tahiti noch bei der Beach Soccer Weltmeisterschaft zweimal in Folge das Finale, scheiterte 2015 an Portugal und 2017 leider an Brasilien. Nummer 6, Republik China. Die Republik China auf Taiwan ist einem Zuge der Ein-China-Politik nur von wenigen Staaten diplomatisch anerkannter Inselstaat in Ostasien. In Europa ist der Vatikan das einzige europäische Land, das die Republik unabhängig von der chinesischen Volksrepublik sieht. Taiwan hat insgesamt 23,5 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig ein bisschen größer als Belgien und kleiner als die Schweiz. Vor und während des Zweiten Weltkrieges kontrollierte die Republik China sowohl das chinesische Festland als auch die Insel Taiwan. Die Republik war 1945 Gründungsmitglied der UN und ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 zog sich die Republik auf Taiwan zurück, verloren im Laufe ihre Sitze und die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. 1924 wurde der chinesische Fußballverband gegründet und trat 1931 der FIFA bei. Nach der Übernahme der Kommunisten verlor die Republik ihre Mitgliedschaft im Weltfußballverband und erhält diese erst 1954 wieder zurück. Zu Beginn trat die Nationalmannschaft unter dem Namen Taiwan auf, aber aufgrund des politischen Drucks von China änderte Taiwan 1982 seinen Namen in Chinese Taipei, um an internationalen Turnieren teilnehmen zu dürfen. In den 1970er Jahren wurde der taiwanesische Fußballverband aus dem asiatischen Kontinentalverband ausgeschlossen und war von 1975 bis 1989 Mitglied im UFC. 1989 wurde Taiwan nun unter dem neuen Namen Chinese Taipei wieder in den AFC aufgenommen. Die größten Erfolge von Chinese Taipei im Fußball waren der dritte Platz beim Asia Cup 1960 sowie die Teilnahme der Frauen an der Weltmeisterschaft 1991, bei der man sogar bis ins Viertelfinale schaffte. Nummer 5 Föhrer Etwa 54.000 Menschen und ca. 80.000 Schafe leben auf den Inseln, die ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark sind. Nach dem Vertrag von Famien aus dem Jahr 2005 bilden die Föhringer wie auch die Grönländer eine gleichberechtigte Nation innerhalb des Königreichs Dänemark. Ihre Inseln genießen bereits seit 1948 eine weitgehende Autonomie und haben sogar eine eigene Regierung. Dennoch sind die Föhrer kein international anerkannter Staat und sind faktisch noch Teil Dänemarks. Trotz dessen gründeten sie am 13. Januar 1973 ihren eigenen Fußballverband, der 1988 in die FIFA und im April 1990 in die UEFA aufgenommen wurde. Bis heute konnten sie sich weder für ein Europa noch für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Nummer 4 Kosovo Die Republik Kosovo ist ein de facto Staat in Südosteuropa, dem westlichen Teil der Balkanhalbinsel. Insgesamt 1,8 Millionen Menschen leben in dem Land, das nicht von jedem Staat der Erde anerkannt wird. Trotz der Unabhängigkeitserklärungen im Februar 2008 erkennen nur 117 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Republik an. Darunter sind Staaten wie die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die den Kosovo anerkennen, während Spanien, Russland, China und Indien es doch weiterhin als Teil Serbiens sehen. Direkt nach der Unabhängigkeitserklärung von Serbien beantragten sie am 6. Mai 2008 die Mitgliedschaft bei der FIFA, die wenige Monate später im Oktober 2008 abgelehnt wurde, mit der Begründung, dass der Kosovo kein unabhängiger Staat sei. Außerdem wurde ihnen das Recht entzogen, Freundschaftsspiele gegen andere FIFA-Mitglieder zu bestreiten. Nach einem Beschwerdebrief von mehreren albanischen Nationalspielern und welche mit einer albanisch-kosovarischen Herkunft, wie zum Beispiel Cedan Chakiri, Grandi Chaka und Valon Berami an die FIFA, wurde der Nationalmannschaft doch erlaubt, Freundschaftsspiele gegen andere Nationen zu führen. Im September 2015 kündigte die UEFA an, dass der Antrag des kosovarischen Fußballverbandes auf eine Mitgliedschaft in der UEFA am Mai 2016 beschlossen werden würde. Am 13. Mai 2016 wurde der Kosovo während des 66. FIFA-Kongress in Mexiko mit 141 Ja und 23 Nein-Stimmen in die FIFA und der UEFA aufgenommen. Nummer 3. Palästina Der Staat Palästina ist ein Staat im Nahen Osten auf den asiatischen Kontinent und wird von 138 Ländern als Staat anerkannt. Länder wie Israel, die USA, Deutschland, Schweiz, Österreich sowie viele weitere westliche Staaten erkennen diesen jedoch nicht an, aber pflegen trotzdem offizielle diplomatische Beziehungen zu diesen. Der Staat wurde 1988 in Algier, Algerien von der PLO als Staat ausgerufen und besteht aus zwei Gebieten. Westjordanland mit 3 Millionen Einwohnern, der von der Fatah und der Gaza-Streifen mit 2,1 Millionen Einwohnern, der von der Terrororganisation Hamas kontrolliert werden. Nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf sportlicher, bemüht sich Palästina international anerkannt zu werden. Erfolgreich war man 1995, als Palästina Mitglied im internationalen Olympischen Komitee und 1998 vollwertiges Mitglied im Weltfußballverband FIFA wurde. Die größten Erfolge der Nationalmannschaft von Palästina waren die Teilnahme an der asiatischen Meisterschaft 2015, 2019 und 2023 sowie der Gewinn des AFC Challenge Cups 2014. Nummer 2. Die niederländischen Antillen Die niederländischen Antillen waren ein niederländisches Überseegebiet, bestehend aus den ABC-Inseln in Norden Südamerikas und die SSS-Inseln nahe Puerto Ricos. Insgesamt hatten die zum Königreich der Niederlande gehörenden Antillen, Stand 2009, eine Bevölkerungszahl von fast 200.000 Menschen. Die niederländischen Antillen hatten ihre eigene Fußball-Nationalmannschaft und einen eigenen Fußballverband, kurz NAVU, der 1958 der FIFA und im September 1961 des Conquer Cups beigetreten ist. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft der niederländischen Antillen war der dritte Platz beim Conquer Cups Nations Cup 1963 und 1969. 1985 trennte sich Aruba vom politischen Gebilde der niederländischen Antillen und der NAVU und wurde 1998 ein vollwertiges FIFA-Mitglied. Sportlich nach der Trennung war man aber nicht erfolgreich und konnte sich für keine Turniere qualifizieren und aktuell gehört man eher zu den schwächeren Fußballnationen weltweit. Im Zuge der Auflösung der niederländischen Antillen wurde der Verband im September 2010 zum Fußballverband der Insel Curaçao. Diese ist größtenteils autonom von den Niederlanden und mit 151.000 Einwohner die größte Insel der ehemaligen niederländischen Antillen. Seit 2019 erreichte die Nationalmannschaft von Curaçao das Viertelfinale des Conquer Cups Gold Cups und gewandt 2017 die Karibische Meisterschaft. In der FIFA-Weltrangliste der Männer steht die Insel aktuell auf Platz 90 und die beste Platzierung war Platz 68 im Juli 2017. Nummer 1. England, Schottland, Rails und Nordirland. England, Schottland, Rails und Nordirland sind vier Landesteile und bilden gemeinsam das Staatsgebiet des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Das Vereinigte Königreich im englischen United Kingdom ist ein Inselstadt Nordwesteuropa und mit einer Bevölkerungszahl von 67,6 Millionen Menschen das dritteinwohnerreichste Land auf dem europäischen Kontinent. Außerdem ist das Vereinigte Königreich Gründungsmitglied der NATO sowie auch der Vereinten Nationen und ist dort sogar ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Trotz vereinzelter größere Unabhängigkeitsbestrebungen werden weder England noch Schottland, Rails und Nordirland als selbstständige Staaten anerkannt und bis auf gewisse Autonomie und Selbstverwaltung gehören sie weiterhin zum Vereinigten Königreich. Am 26. Oktober 1863 wurde in London mit der The Football Association der erste Fußballverband der Welt gegründet, die den Fußballsporten England organisiert und regelt. Fast zehn Jahre später wurde am 30. November 1872 das erste Länderspiel in der Geschichte ausgetragen. Das Spiel endete mit einem 0 zu 0 gegen Schottland, die daraufhin 1873 die Schottisch Football Association gründeten. Der Fußball auf der Insel verbreitete sich, sodass zwei weitere britische Fußballverbände entstanden. Am 21. Mai 1904 wurde in Paris mit der FIFA der erste Welt Fußballverband gegründet, dem zunächst sieben Nationen angehören, deren Aufgabe es ist, internationale Spiele zu organisieren. Die FIFA lehnt die Mitgliedschaft Englands im Welt Fußballverband ab, da es möchte, dass jedes Land durch einen einzigen Verband vertreten wird. Das Vereinigte Königreich hat mit den Fußballverbänden von England, Schottland, Reels und Irland die vier ältesten in der Fußballgeschichte. Diese wollen nicht fusionieren, weshalb England 1905 separat zugelassen wurde. 1910 wurde auch Schottland und Reels sowie 1911 Irland vollwertiges Mitglied in der FIFA. Heutzutage ist es ganz normal, dass das Vereinigte Königreich nicht als einzelne Nation an sportlichen Veranstaltungen teilnimmt, sondern in den vier Landesverbänden aufgeteilt ist. Ausnahme bildet hierbei die Teilnahme als Gesamtnation bei den Olympischen Sommer- und Winterspielen, bei denen die Briten 1908 und 1912 im Fußball die Goldmedaille gewannen. In den von der FIFA und der UE verorganisierten Wettbewerben haben bisher alle vier britischen Landesteile mindestens einmal an einer Fußball-Weltmeister- und Europameisterschaft teilgenommen. 1966 konnte die englische Fußball-Nationalmannschaft sogar die Weltmeisterschaft gewinnen und 2022 gelang den Engländerinnen erstmals der Sieg bei einer Fußball-Europameisterschaft. Das war es auch mit diesem Video. Ich weiß, dass erste Zeit einem Monat wieder. Aktuell habe ich leider sehr viel um die Ohren, weshalb ich nicht so aktiv auf YouTube bin. Dennoch habe ich euch nicht vergessen, sollte ich doch wieder so inaktiv sein. Dann folgt mir auf Instagram, atourfootball. Dort bin ich deutlich aktiver. Wenn euch das Video gefallen hat, könnte euch das hier interessieren. 10 Länder, die keine Fußball-Nationalmannschaft haben. Oder warum sind Kasachstan, Georgien und Co. eigentlich in der UEFA? Abonniert meinen Kanal, folgt mir wie gesagt auf Instagram, atourfootball. Das war es im Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.